In der reizvollen Landschaft des steirischen Weinlandes, direkt im Erholungsort St. Nikolai ob Drassling, liegt der Gasthof Nikolaierhof. Steirische Hausmannskost mit regionalen Produkten zubereitet, kommt dort ebenso auf die Teller wie internationale Spezialitäten. Dazu werden Weine aus dem Eigenbau bzw. aus der Region kredenzt. Alle Köstlichkeiten können auf der überdachten Terrasse oder in der gemütlichen Weinlaube genossen werden. Für die Kleinen steht ein eigener Spielplatz zur Verfügung. Diverse Ausflüge wie Verkostungen in der Weinstraße oder Besichtigungen der Kulturstadt Graz werden durch die freundlichen Mitarbeiter rund um Familie Rom-Gröss gerne organisiert. Überhaupt ist man um eine umfangreiche und liebevolle Betreuung der Gäste bemüht. Dank des 200 Personen fassenden Saals ist der Nikolaierhof auch für Busreisegruppen bzw. größere Feste bestens geeignet. Die Küche des Gasthofes wird zudem für den ausgezeichneten Catering-Service geschätzt.